Frau Sonnenbichler, könnten Sie diese Champagnerflasche in das Lavendelzimmer bringen, bitte? Vanessa, alles in Ordnung? Was, wenn ich doch mehr will? Mehr was? Mehr als eine kleine Affäre. Dann... ...solltest du diese Champagnerflasche stattdessen in mein Zimmer bringen. Das heißt? Dass ich will. Und zwar für immer. Und zwar für immer. Wir asleep. Die あ accusation. Untertitelung des ZDF, 2020